Spektakuläre Himmelsaufnahmen aus der Türkei Über dem Südosten des Landes ist offenbar ein Meteorit gesichtet worden. Gegen Viertel nach acht am Abend erhält ein blauer Feuerball plötzlich den Nachthimmel. Zahlreiche Handyvideos zeigen das leuchtende Objekt. Das Lichtspektakel ist in mehreren Städten zu sehen. Ob es sich tatsächlich um ein Meteorit handelte und wo er eingeschlagen sein könnte, bisher unklar.